An den Skoda. Aha. Ihr könnt mich nicht besiegen. Aber den lieben. Warum? Warum ist die nicht ausgelöst? Ich habe auch gesagt, dass sie explodiert. Vor allem, es hat die nicht umgebracht, über den Skoda zu fahren. Oh, du bist wieder vor dem LKW. Schön, schön, schön. Sehr schön. Sehr schön.